um Hallo mein Lieben Freund und jetzt kommt zurück zu Tokikas um beim ersten Mal kommt der Böden beim letzten Mal haben wir ja die Prozent drei Einzelmissionen gemacht und machen wir mal weiter viel Spaß mit dem Video Geisel Brettung Geisel Rettung, Geisel müssen überleben oder gerettet werden optional Eliminiere alte Resten mindestens 15 maximal 20 Gegner zwei Geisel aaaaaaah wie mache ich das denn jetzt am dümmsten pack mal alle ein so nimm mal die hier ich würde die Jungs noch mal irgendwie gerne schneller machen weil die mir irgendwie zu langsam sind ähm ähm haben die okay ist aber egal dann dich dahin, dich dahin mhm mhm du kommst dann mal hier hin du dann hier und du hier so okay roger 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 Naja, schau dir denn, der muss das dann aufklicken. Ähm... Doch, passt schon wieder. Ähm... Äh... So. Jawohl. Was weiter nach hinten. So. Ähm... Ballert dann hier auf. Ballert hier so auf. Äh... So, ich... Dann so. Naja. Ich bleib hier hinten stehen. Jawohl. Scheiß drauf. So, das wird dann der Plan fürs Erste. Äh... Ja. Nevermind. So. 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 Fuck. Okay, so. Ich würde jetzt mal hier aus und gucken. Weiß ich hier nicht. Okay. Okay. Willkommen. So, und dann guckst du mal da so rein. On your mark, on target. Ähm. Äh. So, habe ich noch irgendwas nicht überprüft? Ja, halt den Bereich da oben. So. So, so macht man das. Das ist Timing. Oh. Habe schon nächste aus, was ich gemacht. Naja, egal. Äh. Ach, scheiß drauf. So. Luigi trifft Luigi. Okay. Okay. Äh. Haftbefehl. Verhaftet die Verdächtigen. Da gibt's halt immer wieder als Terroristen. Äh. Maximal... Ne, mindestens 10, maximal 20. Und beide heißen Luigi oder was? Na gut. Ähm. So kann ich unten keine platzieren? Ich hätte gerne welche unten. Hallo? Was soll das? Ähm. Ähm. Äh, 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 äh. Äh. Packen wir dich mal dorthin, dich mal dorthin, dich dorthin, dich dorthin, weiß ich nicht. So. Roger. So. On it. Alpha. Wo quetsche ich den denn jetzt noch hin? Hier so? So irgendwie. Ähm. Hä? Was? Was ist denn? Ähm. Ähm. Das! Guck doch da, wo ich dir sage, dass... Hä? Ähm... Ich bin grad extremst verwirrt. Dankeschön. Ähm... So, sehr gut. Alter, er starrt einfach die scheiß Wand da an. Okay, äh... Okay, das ist der Einzige, der verletzt ist. Mh... Machen wir mal so... Mh... Das ist so... So... Alter, muss ich den jetzt wegbringen? Boah, Alter, ey... Roger. Okay... Also die Leute würden da nicht stehen... Da nicht stehen, wenn hier nichts drin wäre. Das... Das wäre jetzt so meine Vermutung. Also guck ich mal... Dass der da drin ist. Oh, okay. Oh, okay. Nein... Ach... So... Ah... Dankeschön. Äh... Der könnte sich hier mal... Darum kümmern. Okay. Da sind keine Fenster. On it. Got it. Besser so... Ah... So... Irgendwie. Und der geht dann mal hier rein. Da so... So... Und wir uns mal da so rein. Okay, da ist nichts. Hier ist verschlossen. Mal gucken mal, ob da überhaupt irgendwas... Ist. Ah, da ist er auch. Okay. Okay... Da ist jetzt nichts besonderes. Ähm... Dann schicke ich den hier mal... Diese scheiß Türen. Okay... Zivilist, der sich eingeschlossen hat. So, du gehst da rein. Und verhaft befähigst den. Ich hab' auch alle weggemacht. Nice. Äh... Geiselsrettung. Geisen müssen überleben oder gerettet werden. Optional eliminieren als Terroristen. Zumindest sind... Äh... Sieben. Und maximal dreizehn. Wie viele Geiseln sind das? So... Aber... Das ist da sieben, sechs... Äh... Acht... Neun. Okay. Neun Geiseln. Ach du Heilige. Ach du Heilige. So... Eine Sache, die ich mich mal grad... Frage... Und zwar... Warte ich nochmal... Um einige schneller. Okay... Dann nehme ich mal... Die hier. Ja... Warte mal... Geis mal hier so hin... Warte ist das eine Geiselhinrichtung oder... Ne... Einfach nur... Geisel in der Arme. Okay. Got it. No tangos. Door unlocked. So... Dann nochmal kurz dahinter. Huh? Hostile in sight. Target in sight. Target in sight. On your mark. Affirmative. Roger. Um... On it. Um... Ähm... Der hier hat doch... Ja der... Noch kein Befehl... Affirmative. Also irgendwie... Looks clear. Looks clear. Doors unlocked. Okay. Gut. Da ist nichts. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Erstmal gucken. Ok, ist nichts. So. Ok. Ich würde jetzt sagen, dass der hier so entlang geht, den hier weg macht der hier ist. Ach scheiße, da ist noch so ein Eingang durchgekommen, was auch immer. Hm. Ah, und dann so vielleicht mit einer Flashbang da irgendwie rein oder so. Keine Ahnung. Ok. Ok. Der Typ da ist aufmerksam geworden. Ok. Ok, da ist keiner. Also. Da. Die zwei hier ein und dann in der Ecke noch einer. Ok. Ok, den kann er auch so weg machen. Die Boys. Ja, du sollst da auch schon mal rein gehen. Hier war keiner drin. Oh. Ups. So. Ok. Ok. Bewegung. Was ist los? So. Mach mal das da auf. Äh. So. Böge ich den erstmal hier so ein. Dann. So. Dann so irgendwie weiß ich nicht. So. So. Den haben wir. Oder ich. Oder was auch immer. Wieviel Geisel? Neun, oder? Warte. Da ist eine. Hier sind drei. Da ist neun. Dann hier noch im Einkaufsbereich vermute ich nochmal. drauf. Marzipiert wird. Schau mal. Hier war. eme Ils reprofen. Da ist eine's Jochen woanders her. μπο Ja äh. um 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 du wohn um um Mäu!